Herzlich willkommen zur Satellitenbildanalyse hier am Freitag, den 29. April 2022. Es ist jetzt 18 Uhr ungefähr und wir sind hier auf windy.com und schauen uns einmal die Wolkenbewegungen an, die damit verbunden sind, dass wir hier zum Wochenende hin in vielen Teilen des Landes schlechtes Wetter bzw. regnerisches Wetter erhalten werden. Das Ganze wird prognostiziert von verschiedenen Wetterdiensten. Wir sind hier jetzt gerade mal auf wetter.com im Falle von Augsburg und da sehen wir hier am Samstag wird 15% Regenwahrscheinlichkeit prognostiziert und dann am Sonntag bereits 90%. Es ist auch wieder spannend, dass es gerade zum Wochenende hin, wo die Menschen halt wirklich das schöne Wetter genießen könnten, es hier wieder ein bisschen dazwischen gefunkt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass hier mit Funktechnik gearbeitet wird und der Himmel ionisiert wird. Also die ausgebrachten Stoffe, die wir hier sehen, die werden, also hier sieht man die Chemtrails noch sehr, sehr gut. Wenn wir hier nochmal auf die Animation gehen, dann sieht man hier noch die Überreste vom Sprühvorgang hier auf dem Atlantik, da zwischen Irland, England und Frankreich und Spanien. Genau da sieht man gut noch die Überreste der Chemtrails, wie sie sich ausbreiten und dann zu den sogenannten natürlichen Zirruswolken verschwimmen und dann in einem Himmel resultieren, den wir hier jetzt vor uns sehen. Das ist jetzt eine Aufnahme im Bereich München. Dort ist der Himmel im Moment sehr, sehr vollgekleistert mit diesen sogenannten Zirruswolken. Interessanterweise gab es diese Wolken überhaupt nicht, als es keine Flugzeuge gab, als keine Flugzeuge in der Luft waren zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns 2020. Da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Das waren ungefähr sechs bis acht Wochen, wo der Himmel wirklich frei war und da gab es interessanterweise auch nur einen Wolkentyp. So, dieses Ausbringen von Aerosolen, von chemischen Verbindungen, also von Kondensationskernen, unter anderem auch Barium wird hier gesprüht, das Ganze kann man hier auch auf der 12-Stunden-Ansicht sehr gut erkennen, denn dort sieht man bereits zu Beginn des Tages am Freitag, wenn hier die Sonne aufgeht, die durch den sehr, sehr guten Schattenwurf hier links im Bild, da müssen wir noch ein Stück weiter vor, so sieht man wirklich, dass hier die Chemtrails gesprüht werden, vermehrt über dem Atlantik wirklich die Zickzackmuster geflogen werden, aber auch hier bei Frankreich direkt da an der Küste von Rennes, an der Westküste von Frankreich sieht man überall diese Zickzackmuster, das sind die Chemtrails, und die legen eben den Grundstein für das Wetter, was jetzt angekündigt wird. Wir hatten ja Augsburg schon gesehen, hier ist in dem Fall München, ja, wir können mal neu laden, das ist jetzt München, wiederwetter.com, könnt ihr irgendeine App nutzen, die euch beliebt, und hier sieht man auch wieder 90% am Samstag, 90% am Sonntag, und dann geht es natürlich noch in die nächste Woche auch rein, natürlich, denn hier ist wirklich auch Potenzial drin, ihr seht ja, wie viel hier an Stoffen ausgebracht wird, und das Ganze dreht hier fröhlich rein und bindet sich dann in die Atmosphäre, bindet die Luftfeuchtigkeit und kann, und das ist eben das Besondere von diesen Hochleistungsradaren, wie sie unter anderem die NEXTRADS sind, angefunkt werden. Und wenn die dann angefunkt werden, diese Kondensationskerne, dann können ganz gezielt auch punktuelle, rapide Abkühlungen passieren, wie jetzt hier gerade losgeht, da an der Grenze von Frankreich nach Spanien, da sieht man gerade genau das Phänomen, das sind entweder Kraftwerke, die hier alle auf gleichgestellt rauspusten, das ist eine Infrastruktur, haben wir auch ein paar Aufnahmen auf unserer Website, hier sind wir jetzt auf der Radarstandortseite, wir können aber auch hier auf künstlicher Himmel gehen, und dann sehen wir hier eine wunderschöne Aufnahme von dem Kernkraftwerk in Dukovani in Polen, und das sieht schon sehr verdächtig danach aus, dass hier wirklich noch zusätzliche Stoffe drin sind, zusätzlich zu dem normalen Wasserdampf, der auch relativ schnell sich auflösen würde. Also so eine Wolkendecke, da ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich was beigemischt. Ansonsten haben wir hier die, diese Wolkendecke kennt ihr ja auch alle, das ist das, wenn diese Funkwellen, die in der Atmosphäre scattern, also sich verbreiten, und natürlich durch die hohe Leitfähigkeit der Atmosphäre, die erzeugt wird durch metallische Verbindungen, unter anderem Aluminium, Barium und so weiter, das ist auch so silbrig, werden diese Funkwellen sehr gut weitergeleitet und das resultiert eben in diesen Wellenmustern, die auch wieder eine Wolkenbezeichnung bekommen und so ist das alles total natürlich. Und dieses Bild ist sehr, sehr häufig zu sehen. Genau, so und auf der Radarstandortkarte, hier unter wetteradler.de slash maps, können wir den Ausbau der Radarstandorte sehr gut sehen. Das heißt für alle Neuzugänge, das sind alles Radare, Radarsysteme. Diese Karte ist lange nicht vollständig, wir bekommen immer neue Zusendungen und versuchen unser Bestes hier die ganzen Daten zu ergänzen. Hier sind Radioteleskope drauf, hier sind diese Wetterradare, diese Nextreds, das sind die dunkelblauen Punkte, aber wir haben ja auch die LOFA-Anlagen drauf. Die LOFA-Anlage sieht im Prinzip so aus, hier oben rechts, das ist auch ein Antennensystem, was die Atmosphäre beeinflusst, aber hier sind eben die klassischen Nextred-Wetterradare, die auch, das sind auch Polarisationsradare, es ist ein Doppler-System, Nextred-Doppler-Radar mit Polarisationseigenschaft, also ionisierend. Dann haben wir hier das Ice-CAD-Radar-System und der Klassiker natürlich die HAARP-Antenne, die hier in Alaska auch eingezeichnet ist. Hier oben, dort steht die, nee, das ist die Air Force Base, hier ist die HAARP-Antenne in Alaska. Dazu gibt es auch ein Patent, das haben wir hier auch verzeichnet. Können wir euch nur anhalten, das mal durchzustöbern, da ist irgendwo das HAARP-Patent zwischen. Einfach mal raussuchen, wie HAARP funktioniert. Und dann haben wir hier noch ein Patent, das haben wir auch hier oben gefeatured, weil es eines der aussagekräftigsten Patente ist, unserer Meinung nach. Ein Patent mit der Nummer 3813875, ein System zum Freisetzen von Barium zur Erzeugung von Ionenwolken in der oberen Atmosphäre. Das Patent ist von 1974, da kann man einfach runterscrollen, hier sieht man auch Wolken-Impfsystem. Okay, und dann können wir da, da ist das Patent vom 4. Juni 1974, da können wir auch draufklicken, dann springen wir bei Google dahin an die entsprechende Stelle und das sind auch noch lange nicht alle Patente. Und dieses Patent hat auch Bildchen, da kann man dann auch draufklicken. So, das ist das Kristallsystem und so weiter. Und dann kann man hier sich die Patentschrift durchlesen. Und das ist schon sehr, hier wird jetzt von einer Rakete gesprochen, ja, ist halt auch ein System, es ist wahrscheinlich ein Anwendungsbereich. Und das heißt, die Ionisierung, also es steht ja hier ein System, um die obere Atmosphäre, Ionenwolken in der oberen Atmosphäre zu erzeugen. Das Ganze wird natürlich ausgebracht und das ist eben das, was wir hier auch sehen. Das ist diese künstliche Wolkenbildung, weil geladene Teilchen eben, also Barium hat am Ende die Fähigkeit, Wasser zu binden, Barium ist hochreaktiv und lässt hier das Wasser, die Luftfeuchtigkeit an sich andocken. Sehr, sehr reaktiv das Ganze. Und diese künstliche Wolkenbildung durch einmal natürlich solche Stoffe wird hier gemacht und deswegen ist es auch relativ einfach zu prognostizieren, wann es wo regnet, weil ich meine klar, wenn hier jetzt ein Haufen Barium gesprüht wird, vielleicht sogar Bariumisotope, das steht noch aus, die Sache, da sind wir gerade dran. Ist natürlich, ist es ein einfaches irgendwie zu prognostizieren, dass es hier regnen wird, denn das wird dann quasi gezündet, dieses Prinzip des Zündens, das sehen wir auch auf unserer Website, da haben wir hier unter Media und dann Satellitenfotos ist das, glaube ich, da haben wir hier das System erklärt, wie das Ganze gezündet wird. Das heißt, wir haben hier diese Radarsysteme. Es muss nicht jedes NextRed Radar in der Lage sein dazu, aber die Leistung reicht aus und es ist ein Doppler-Polarisationsradar. Und dass man uns hier nicht alles sagt, ist natürlich, sollte jedem einleuchten, dass hier wahrscheinlich im Hintergrund noch andere Dinge laufen. Das heißt, genauso wie von den Chemtrails immer noch seit über 50, 60, 70 Jahren wird hier immer noch verzerrt und unterdrückt und einfach geheim gehalten, weil es immer noch hochaktuell ist, natürlich, das wird da zu kontrollieren, logisch, genauso wie da Informationen einfach nicht rausgelassen werden, ist die Wahrscheinlichkeit gigantisch hoch, dass bei diesen Hochleistungsradaren genauso wie bei 5G einfach Dinge im Hintergrund passieren, von denen wir einfach nichts wissen sollen. Und das ist das, was gemacht wird. Da gibt es auch Patentschriften, die hier eben wirklich, die einfach mal durchstöbern, die Patente, die hier einen Bereich ionisieren, was dann natürlich dazu führt, dass hier auch die Wolken vermehrt kondensieren und wirklich Wolkentürme entstehen. Und das, was wir hier gerade sehen, diesen Wolkenturm hier, die hat auch wieder natürlich einen Namen und so. Und das ist ja immer ganz, ganz schnell einen Namen zu geben. Das ist im Prinzip das, was wir auf windy.com gerade sehen. Da sind wir gerade Zeuge von. Hier unten dabei Lyon, diese beiden Wolkentürme, die da rauskommen. Wir können ja auch mal, spaßeshalber, nochmal ein Stück reinfliegen. Von der Auflösung sollte das, glaube ich, ausreichen. Dann gehen wir auf die sechs Stunden, haben wir zwei Stunden Ansicht. Und hier auch im Süden von Frankreich beziehungsweise im Norden von Spanien ist genau das Gleiche. Ihr seht, wie flächendeckend diese Chemtrails gesprüht werden. Also das ist überhaupt keine Kunst, hier dann irgendwelche Vorhersagen bezüglich Regen zu machen, weil das ist das, die Atmosphäre ist gesättigt. Die Atmosphäre ist und wird gesättigt und dann wird auf den Knopf gedrückt und dann wird hier gezielt ionisiert und das führt dann eben zu Wolkenbildung. Genau, so sieht es aus. Übrigens auch in Hamburg. Wir haben hier noch Hamburg. Daten aktualisieren. Da auch das Gleiche. 30% Samstag und 15% Sonntag. Und in dem Sinne wünsche ich euch dennoch einen schönen Tag und Abend beziehungsweise ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Und vergesst nicht zu entgiften, denn dieser ganze Stoff kommt runter und der sollte aus dem Körper ausgeleitet werden. Und der Regen, der hieraus resultiert, ist unserer Meinung nach auch nicht sehr gesund. Ganz im Gegenteil. Und deswegen sollte man auch den Regen vermeiden, auf die Haut zu bekommen. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Ciao, ciao.